kosso garage labello ist klar zu risiko global domination sieht aus wie eine handy potierung und wieso wieso darf ich meine länder nicht setzen ja das automatisches ja aber nein das ist es nicht jeder hat die gleiche voraussetzung überhaupt ist hier ja okay wir sind einig dass wir uns nicht einig sind zuerst weil du es auch wieder mit dabei das gegen meine regeln hier schon äußert genauso wie es werden verstärken erst mal jetzt kann ich wenigstens durchraschen ich bin blau ich bin blau maragaskar gehört mir jetzt muss ich leider blau ich muss aufhören ich muss einfach aufhören ich muss genau formelle ist dran war der gut war der gut einfach südamerika das ist ein arschloch alter das ist krass okay da müssen wir rein also an alle die an der grenze sind also ich nicht ja ich habe die corona virus ich mache mich damit weg jetzt wird zurückgehustet das ist ja ich war sehr erfolgreich diese runde ja aber aber rot wir denken ja es hat nicht starke länder gerade hey hey rolling erst wenn das wunderschöne länder weißt du denn nicht jetzt lass mal ich muss auch nach australien tut mir leid nein da habe ich darüber doch hallo nie australien wollte ich noch haben ja aber da ist ja nichts das ist aber so lange ist leider nicht da das ist mir leid aber ich kann da auch nichts das ist nicht so heftig die das ist die die verteidigt das so krasse alter wenn ich es gibt und kommt der meint hey du arschloch ich brauche wegen der erfolgsgeschichte hier wenigstens noch so haben wir nach oben nein 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 wer sagt okay ihr müsst mich überzeugen warum nicht wenn du mich angreist greife ich dich doppelt zur stadt zurück an und du weißt ich habe ja trug nachdem nein ich sagte doch du hast keine schnitte da will ich zumindest einen noch hinschicken indien und eine gebietskarte test auf iron so und jetzt werde ich komplett zerstört die alle test die macht das jetzt oh nein australien das ist wieso unten links wieso unten links und das war es mit mir wahrscheinlich du kommst da rüber alter die hat ja alter oh nur ein land nur ein land okay australien die hätte ich auseinander nehmen können okay australien wird anstrengend australien wird richtig anstrengend so ja ich muss da oben leider ja etwas regeln nein 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 naja in die richtige richtung das ist schon besser ja da bist du ihnen los ich ja ich habe andere probleme das gibt es nicht Hättest du mal auf mich gehört ja hätte ich mal meine truppen halten nordkanada oh oh da kann ich jetzt noch nicht anreifen ich kann es noch nicht machen vergessen nee das das Nee, funktioniert nicht. Nee, ich will eigentlich nichts bewegen. Ich hab echt scheiße wenig gehofft. Jetzt kommt erstmal ein Fort Melee, ey. Oh-oh. Ja, das... NOCHFAL VIE TROPEN DA! Oh-oh! Ja klar, er hat ja Südamerika... Ja, Afrika, ne? War mei... Ooooooh! Tschüss, wenn... Nein, war der Kaskar! Da lacht er! Da lacht er! Da lacht er, ja. Wow! Oh Gott, ich hab so Angst, haut ein Recht jetzt gleich. Ich brauche Amerika, also verschwindet's bitte. Also blau, rot, oben Amerika. Nein! 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 Wir sind gegen uns halt mehr Chancen als gegen die NPCs. Jetzt komm schon, ich hab null... Ich hab null Truppen! Du, ich hab auch keine Truppen! Ist dein Ernst, oder? Ach, man schaut die NPCs und machen... Da stellen wir uns auf die Gegenseite hin. Ist jetzt dein Ernst, oder? Oh! Gleichstand! Der Gleichstand! Dumme Penner! Wohnehmig! Ab... Ab... der Kunden wird zurückgeschlagen! Ja! 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 In dein Gesicht! Nehmen wir ihn! Einmal abgekehrt! Nein, Japan gehört mir! Nee, ich bin Japaner! Ja, Japan gehört mir! Hör doch mal auf ihn! Hör doch mal auf ihn! Oh, Mann! Weil du sagst halt nicht umsonst! Ja, man gehört einfach mir! Wie ich einfach von Sven und Schlingel bin oben rechts! Oh, Janik, du musst hier Afrika, die Sexe, und das tut Amerika! Ich hab unten recht vor ein Problem! Alles, was ich dir händler kann, ist immer noch zu wenig! Das ist nicht... Oh, nee! Nö, Janik, nee! Das ist kein... Nö, 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 nö! Pass an! Egal! Einmal! Scheiße! Cool, Japan! Schade! Nein, Japan gehört mir! Ich hab andere Probleme, ich kann mich nicht mit jedem anlegen! Oh, okay! Da! Oh Gott! Und Afrika ist schon scheiße! Der Sieg ist mein! Ich kann... Ich kann... Oh Gott! Die Würfel hassen mich! Ja! Dich auch! Da hin! 5 Würfel steckt da noch rein hin! Oh Gott! Oh Gott! Tess, tue es nicht! Tess, hör auf! Alter! Hey! Oh Gott! Oh, jetzt marschiert sie wirklich! Ohhhh! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Er macht das übrigens! Nö, sie hört wieder Ausschau! Oh! Wir gehören zu meinem Kontinent fast! Tess hat mich zerstört! Komplett! Also ich bin für eine Allianz! Jetzt kommt's daran! Ich brauche aber... Ich brauche aber vorher Amerika! Das ist dir bewusster, ja? Hahahaha! Dein Ernst?! Ich brauche es vorher! Ich... Ich brauche den scheiß Kontinentsvorteil! Ach du Arschloch! Hahahaha! Das wird dir doch noch ein bisschen Europa! Ja! Ich glaube, ich hole jetzt ganz Europa! Nein! Aber dann lass mich vorher! Okay, wir machen das so, Waldo! Du kriegst Lord Amerika! Und ich hole mal Europa, okay? Ist in Ordnung! Cool! Ne, das gefällt mir! Wie kann ich denn Truppen verschieben, Mann? Ähm... Auf ein Land ziehen, wo du mehrere hast, und dann auf ein anderes eigentlich! Also... Aber ich glaube, die müssen auch hier Verbindungsmelkei haben, oder? Ne, ne, ne! Ah, jetzt nicht? Ne, ne! Achso! Du kannst dich quasi von Amerika einfach nach Afrika schwingen! Direkt! Oh, nein! Oh, oh! Oh, kacke! Jetzt, jetzt... Die sind ziemlich auf Krabbel gewürstet! Steckt alles nach Madagascar! Das ist okay! Danke! Melee! Geile! Melee Ehrenmann! Okay, Verstärkung! Melee ist ein Ehrenmann! Absolute Ehrenmann! Also, du hörst dir jetzt Europa! Ich darf mir dafür Nordamerika holen! Das darfst du machen! Und wir greifen uns während der Zeit nicht an! Aber ich muss dich angreifen wegen Europa! Ja, ja, wegen Europa schon, ja! Kannst du machen! Du verlierst eh einige! Ah, ich hab dir gerade geflucht! Ja, komm, dann gehe ich mit 5 hin! Äh, ja, gleich schmiert! Oh Gott, ey! Und... ...und... 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 Ich glaube, Ukraine schaffe ich nicht! Sicher! Dann mach hier oben Schweden, Norwegen und...und Finnland! Ne, ich mach erst mal Pause! Ah, okay! Dir geht's auch nicht so gut Sven! Ne? Das palkt das noch mehr Länder als ich, aber hey! Das heißt jetzt! So, okay! Sven, wir haben auch Frieden, oder? Ja, wir haben auch Frieden! Alles klar! Mit mir aber noch nicht, gell? Ja doch, wir haben auch Frieden! Hahaha! Aber du bekommst kein Kontinent! Ja nichts! Nee, du! Ich... Ich hab... Links ein NPC von mir und rechts ein NPC von mir! Das ist mein Problem! Du kannst dir... Du kannst dir gerne Afrika holen! Das ist okay! Weil Jan, ich glaub ich erst mal Australien haben, oder? Ja, ich bin doch... Ja, ich... Ich will erst mal überleben! Obwohl Australien kannst du jetzt da eigentlich easy holen! Australien kannst du rein, ja! Ja! Über mir sind vier und vier! Das siehst du, ne? Ja, aber du kannst ja erst mal eins und eins holen! Weißt du? Okay! Und dann gehst du nach Australien hin! Jetzt gehst du einfach nur rein dann in Australien! Weißt du? Indonesien, die... Inselding! Machen wir das mal so! Weil Afghanistan kann immer noch nach äh... Mittleren Osten! Dann gehen wir noch... Nein, nein, nein! Geh unten nach Indonesien noch nicht! Genau! Dann kriegt er den Kontinu... Ja, ich will das Siam! Ja, ja! Bei der Verteilung! Aber in... Nee, das... Nee, das... Nee, das nicht mehr! Nee, die sind krass da! Da sind die krass! Aber... Ich kann viel mehr... Ich kann viel mehr... Ich darf nicht mehr verteilen! Jetzt bekommt der zwei Truppen mehr! Versuch doch wenig! Ja, aber dann sterbe ich doch noch schneller! Ja, komm! Bitte! Das gibt es nicht! Ich sag's doch! Das kann doch nicht sein! Jan, ich schicke dir gleich Verstärkung! Ja! Ich bin eh gemerkt hier! Na komm, was ist ab! Ja komm, ganz ehrlich! Ich seh... Ich seh... Ich geh auch! Warum? Aus Afrika, ey! Ja komm! Viel Spaß! Ich gönne euch dann, Leute! Macht das! Ich weiß ab! Viel Spaß! Ich bin letzter! 12 Truppen! Was?! Gegeben! Kann ich GG schreiben? Wo ist der Chat? Oh fuck! Warte ich... Warte ich... 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 Gut gespielt! Ja, danke! Ja! Ja, das genau! Oh ja, weg! Das... Ja! So! Ja! Ich hab nur zwei... Die lässt sich ja neben! Sven, du hast nicht lange Europa! Das sag ich dir jetzt schon! Ja, ich knicks grad! Ich glaub, ich find eine Aussage hier... Afrika! Das will ich sehen! Wie du da jetzt noch nach Afrika kommst! Oh ne, da sind ja auch immer vier Truppen stehen! Bleib in Russland, Sven! Bleib einfach in Russland! Ja! Jawoll! Das war's dann! Mhm! Für mich! Glaub ich! Also ich versuch jetzt dir zu helfen, okay? Da hast du keine Schnitte! Das schaffst du nicht! Nicht mal in einer Einheit verloren! Nix! Alter! Holy shit! Bleib bei vier! Das ist jetzt krass! Alter! Alter! Wie kann man so krass sein? Warum bin ich nicht so krass? Das ist dir doch richtig krass! Vielleicht muss man so... Also letzte Runde, die wir mal gespielt haben, fand ich viel schöner! Das war auch ohne NPCs, oder? Doch! Nee, mit zwei NPCs! Aber auf... Total auf Amateur war das halt eingestellt, ne? Ja! Ah! Gott! Der zweite Kontinent! Der zweite Kontinent! Zeit, mach mal was! Keine passende Karten! Okay an! Ja, gut, ähm... Ich mach das jetzt einfach... Also, alle meine... Also, alle meine Karten, die ich hab, hab ich alle nicht! Die werd ich auch nie kriegen! Das hast du doch gegenseitig tot! Ja, ich muss ja irgendwo was machen! Ja, aber erst mal gegen den NPC, der dich töten will! Nee, das schaff ich! Das schaff ich! Mach die normalen Würfel! Mach die normalen Würfel! Nicht Blitz! Mach die normalen Würfel! Da hast du höhere Chance! Jo, die hab ich fertig gemacht! Die alte! Kannst halt nochmal! Du musst alle drei Würfel nehmen! Nicht den einen! Du schickst nur einen ein! Äh, wie mach ich den drei? Du kannst mit den... Ja, jetzt kannst du eh nur noch einen machen! Jetzt kannst du eh nur noch einen machen! Jetzt kannst du eh nur noch zwei! Ah, ne... Was soll ich jetzt noch? Deswegen Blitz, das macht... Blitz macht halt das ausgeglichen! Bei den... Bei den normalen Würfeln ist es halt total... Nein, nein, nein.... Nein, 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 nein... Es wird schon Dann mach deine Runde beenden! Also, du... Ich tu deine Runde beenden! Du bekommst auf jeden Fall eine Karte, weil du... igningen eingenommen hast! Okay! Äh, du musst dich noch jemand bewegen! Ja, komm! Dann nehm ich nochmal einen Druck! Häh?! Das ist gut, nicht? Boah! Oh, Gott, jetzt ist er mal aus. Aber wie ist das denn? Jetzt hab ich das geändert. Am Anfang haben wir das ganze gegenseitig bekläppelt und dann... Ah, es gab Waffenstifter und Waffenstifter. Lass das zusammen. Janik, jetzt du musst nach Australien rein. Du musst Indonesien machen. Ich schwöre dir. So geht das nicht! Mach! Was ist das in Asien? Geht nix davon. Scheiße. Du musst das machen, oh. Du musst Indonesien rein. Ja, ich versuch's. Ich schwöre es dir. Alles klar. So. Angriff. Indonesien. Das musst du jetzt nochmal kriegen, oder nicht? Stop! Das gibt es nicht. Die schummelt doch! Ja! Ja, endlich! West-Australien, komm! Alles oder nix! Nein! Nein! Ich bin tot! Alles klar! Alles klar! Kiki! Den... Den... Ja. Den... Kontinentsvorteil hat sie nicht mehr. Das ist das Gute. Dafür werde ich jetzt von links und rechts durchgenommen. Wohohohohohohohoho! Böööööö favour du aus Europa Sven! Alter expired! Ist auf! Ja, Waldo, machst du, ne? Ja, jetzt pass auf. Seh ich doch. Die hab ich auseinandergenommen! Waldo, ich seh dich doch. Ich mach das für euch. Ich hab keine passenden Karten, das ist natürlich doof. Ich hatte auch keine. Aber ich kann acht hucken. Kann ich jetzt verstärken. Ich hab USA, ich hab Argentinien, ich hab Madagaskar, ich hab Jakobus. Also ich hab Südeuropa, Basilien, Indonesien und hier Island. Also vor der Weide fährt... Oh, C! Ja, nice. Also Sven, ich kann... Er kann uns retten! Ich hab passende Karten, wenn ich nicht töte, Sven. Toll, ne? Ja, mach das doch! Nein! Das gibt es nicht! Dann gib mir eh Indonesien. Wie geht's? Ja, okay. Geh durch den Test durch. Ich hab immer... Schass du, ne? Mach das doch! Ich seh immer ne Sexwürfelt! Warte, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Südeuropa? Was ist das? Da, wo die 3 steht, genau. Okay, da komm ich nicht hin. Hm. Ich kann auch nicht weiter retten. Also ich muss... Alles gut, alles gut. ... jetzt meine Truppen wieder zurücksetzen. Geh, geh. Jetzt geht's los. noch mal zwei Truppen. Oh, oh! dann gehe ich jetzt auf angriff das ist wenn ich den tipp geben auf china ja wahrscheinlich das beste aber nur mit einem würfel mit blitz machen weil da habe ich 100 prozent chance okay ja aber trotzdem okay genau hier oben auf meinen die oben auf mein feld richtig und jetzt mal zu beenden wie sagt er warte ich gucke die hälfte in gruppen weil verteidigen einfacher ist das angreifen wasser vielleicht wieder verliert je nachdem wie test drauf ist ja deswegen so ausgewogen haben ich weiß jetzt nicht ganz genau so kannst du immer noch viel danach wiederholen ja okay komm ich war dann geräuschen okay komm weißt du scheiß ab dann was wir gesagt haben das war angreifen wäre ich dir zugetraut bin ich ehrlich ach ich bin nochmal dran okay janik ich beschütze ich ich muss weiter nach in den enden ich versuche doch alles was ich kann ich beschütze die janik mit allem was ich habe komm wir sind zu dritt geben ich mir irgendwelche keine passende karten du bist keine passende karte keine reform gg das ist der angriff wo ich mich denn eher west australien und neuguinea ich glaube das ist egal das kann nicht dein ernst sein ich sehe euch du wirst ja schön beschützt in asien ich hab halt der aber wir haben sie soweit richtig geschwächt eigentlich nur drei drucken ist okay jetzt wird der grüne zu der gefahr hier ist ziemlich auf krawall aus grün ist noch richtig weißt du ja die weg von mir ist gut aber die greift nicht an wieso hat sie sich die da nicht geholt ja die ist doch gerade auf europa fixiert jetzt wird rasiert der amerika ist so auseinander die alte europa gott hier das ist nicht dein ernst also ich muss jetzt da rein und da um den zu schwächen einfach ich habe selber meine probleme ja gut er kann auch direkt einsetzen den bonus ein paar runden hat er zwei stück gab es natürlich jetzt geht das acht truppen nur drei ist gut ja er macht wieder nichts das gibt es noch nicht okay ich habe keine passenden karten das ist schlecht das war es doch mit meiner verstärkung dann mache ich angriff sven ich würde mir an deiner stelle jetzt eher mal asien holen denke ich mal ja warte ich wollte jetzt eigentlich erst nach afghanistan ja genau 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 das finde ich ja auch mein engster verbündeter hier weil rot die rote macht die kann ja eh keiner halten die wird ja muss ja eher verteidigt werden ich bin eigentlich drei runden tot ich bin eigentlich komapaziert jawohl jetzt hätte ich erstmal wieder die neuen hier stehen lassen ne ich möchte doch eben einmal südeuropa angreifen ja wenn du willst wenn du willst auch nicht schlecht jetzt hätte ich es aber lassen an deiner stelle der sah so auf der wald aus das war sie das war die alte orange ist geschwächt ja keine chance so hey was kann er wenn janik endlich mal australien erobern würde dann wäre das alles kein problem oh man ey ja du ne ich hab orange schon gut in die kriege gezwungen und euch orange ist jetzt ganz gut aber ich mach gar nicht gut ihr macht die 23 das ressorten das kriegen wir auch zusammen hin nein ja in dein gesicht nicht schlecht alles richtig gemacht alles richtig gemacht okay ich weiß dass ich das hier überhaupt nicht gewinnen werde aber ich kann euch da jetzt mit orange nicht mehr helfen meiner ne das kriegen wir hin das kriegen wir hin also Asien gehört auf jeden Fall mir und Europa krieg ich auch hin ja und das wird spannend das wird knapp das gibt es nicht scheiße ich glaube ich will nochmal warten einmal noch jawohl 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 ich glaube ich will nochmal warten und dann alle Truppen da reinsetzen das war du hast da oben noch hast du ja noch sieben Truppen jetzt warte 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 scheiße ja gut das hat eh ist halt eh brainer auf das hat voll das Glück also ich würde die sieben Truppen da noch reinschicken ne die brauch ich gegen orange ja orange mach ich ja fertig ja wir sehen ach gott sei dank ne jetzt kommt doch Rüder an afrikabon ist so schön sagt er sich ok da müssen wir da unten wieder rein in afrika müssen wir wieder rein unbedingt naja ist so fertig grün ist sauer und rot muss es endlich mal Australien da machen ey ich bin frei ich hab doch ich krieg doch keine Einheitung was hab ich doch gemacht keine passenden Karten schade ähm ich hab kein Land erobert ich Idiot ich hab keine Karte bekommen scheiße ja wenn du jetzt wenn jetzt Sven äh Ding Janik endlich Australien erobert dann sind wir safe was soll ich denn tun da unten ne ich hab doch nix ja mal Krieg führen oder so jetzt hast du es du hast 5 Truppen das muss das muss jetzt funktionieren einfach das ist klar komm 5 gegen 4 Truppen das schaffst du doch wohl es muss jetzt einfach funktionieren easy guck jetzt bin ich spannend 35% Sieg ja geht doch ich weiß gar nicht warum ihr euch alle so anstellt ja das ist für den nächsten Tag noch hey lasst mich mal machen gebet gerade noch easy mal australien jetzt kommt nur noch hier von skandinavien hat er nur noch ein land und hier och f*** dich Citroppen ja er hat nur noch ein land ok ja gut jetzt nicht mehr aber jetzt macht sie fertig ich sie ist lieb sie ist lieb nee achso jetzt sag ich doch alter das wäre noch schlimmer gewesen Sven Europa hätte sich nicht gönnen können ja ja so wir versuchen es nochmal ja ja jawohl besser ist es alter ja und wenigstens eine Karte bekommen ich bin so dumm ich bin so dumm oh scheiße jetzt kommt der Gegenangriff oh ne weißt du ne ne er macht einfach nichts er macht einfach nichts ne ist er netter ok drei Truppen nur ähm ist er netter der Junge ja Sven jetzt gönnt den mal ok Europa kann ich vergessen Europa kann ich vergessen warum im deutschen reich da läuft es auch richtig rund obwohl ich könnte ein paar ne bringt mir auch nichts aber dann holt ihr jetzt Asien ja da müsste ich einfach Janikia vernichten ne er hat jetzt Australien ja aber er kann dann von Australien da nichts anderes sein da muss er durch Asien da durch ja aber er hat durch Australien zwei Truppen mehr also er kann neben die Truppe erhebnis mal fünf Truppen setzen so ja ich mach einfach mal mein Segen hast du zu ok er hat es auch ohne mein Segen gemacht ich weiß ja also kann ich auch ne solange ich in Nordamerika rein wandersche dann ist mir alles egal jetzt viel eingewandert ja noch hat er ja nichts scheiße ja ich bin krass Sven das war vielleicht schlecht aber oh man du mit der ganzen Einsatze das kann echt schnell nach hinten losgehen du weißt du ja ja das Ding ist ich hab da unten wieder zwölf Truppen stehen ich hatte so viele Truppen kurz ne aber dann waren alle wieder weg oooooh immerhin oh ja oh man oh man Janik na kurz warten hier nochmal dahin schicken jetzt sind wir ja Asien ne eigentlich will ich ja auch Europa haben aber die Alte lässt sich nicht ja ja jetzt noch mal die letztesten in Europa verloren jetzt mit Europas wird gesagt und und ne ne macht sie nicht alter die plant die plant gut dass wir nur in der Mitte gestellt haben aber schwer wären wir schon weg auf jeden Fall zwei Runden jetzt machen jetzt sind sie weg oh jetzt holst du die Europa ich muss euch ja irgendwie helfen 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 außerdem habe ich hier zwölf Truppen vor meiner Haustür jawoll krass das ja gut okay ich helfe dir noch kurz dann kannst du dir zurückholen hier vielleicht noch der muss schwächer werden okay alles klar ich habe nichts gesagt aber wir haben keinen Afrika-Bundes mehr auf jeden Fall so ja der geht jetzt auch auf Angriff oder? der schlägt zurück ja das ist klar zumindest O ah ne zumindest Afrika will er behalten Afrika ist der Liebling ja okay 3 Truppen nur ja schon wieder nur 3 Truppen dann hast du keine Karten er fällt nur 5 ah ne 2 Truppen so easy geht doch ähm wo gehe ich denn hin ich setze da erstmal alles hin und dann gehe ich auf Angriff und dann gehe ich auf Angriff jawoll 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 und? Island Island oder Nordeuropa ja mach mal mach Island mach mal jetzt Großbritannien und dann versuch Nordeuropa Nordeuropa versuch's 0% 0% Sieg Chance ja musst du die anderen Würfel nehmen du musst die anderen Würfel nehmen du musst die anderen Würfel nehmen man kann nur den einen Würfeln also nur einen ne aber nicht mit Blitz weißt ne ne den Standard ja genau Scheiße Kacke das Ding ist vor mir dran das war glücklich ja die bleibt immer mit einem Land am überleben und dann auf einmal hat sie wieder zur Weftruppen und dann tauchst du wieder Karten ein oder so und dann machst du wieder ein bisschen einmal rundherum und dann hat sie wieder auf einmal 7 so so wunderschön wunderschön meine ich kann so so einfach wieder gehen aber Theoretisch ja der baut sich da eine richtig scheiße Verstärkung auf hm hm oh man ey wir müssen erstmal Rogencheck ballern ja das rätst du warte mal hin ah an ja Angriff wacht die war ja klar der Bücher muss jemand machen zu lernen dass ich alles haben aber wir machen es wird welcher bis hier okay welcher das war fixie weg man ist es ganz einfach ach fuck ach scheiße nein nicht noch mehr ah ja 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 gg nur zur Sicherheit ja das ganze einfach zack wir löschen die jetzt aus jese das hat die alte da vorn und hier jetzt ja da das gibt es nicht noch mal noch mal 12 tropen ja sicherlich ich glaube er wird es hier zum problem ja das hat man einfach anerkannt Könntest du nicht die Oberbösewichter, die erstmal ihre Schergen schicken und damit wo die Helden dann denken, okay, das sind die Böse, aber in Wahrheit, was? Ja, ich glaube, ich muss hier auch verteidigen. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich muss da auch verteidigen. Ja, drei Truppen wieder nur. Was war denn? Was machst du? Oh, geil, zwei Truppen. Wie gesagt, du kannst jetzt mich hier zerstören, wenn du willst. Ja. Bloß Yannick macht dir da einen Strich durch die Rechnung mit Asien, gell? Wieso das denn? Ja, weil deine 16 Truppen oben stehen in Asien. Ja, damit da keiner durch kann. Das ist Sicherheitskontrolle. Ist das der Zoll, oder? Mhm. Hm. Du musst ihn ja beschützt. Oh, fuck. Dann kann ich Sven schneller beschützen, weißt du. Ich weiß was... Okay. Ich halt mich an Abmachung. Okay, ich dachte schon kurz. Das war's erstmal. Ähm, dann würde ich Truppen aufstellen. Okay. Das war's erstmalig. Du bist ja mit der Kone. Ja. Du musst ihn dich nicht. Ja, dann sagst du dich. Ja, dann sagst du dich. muss ja auch mal was machen jetzt macht er den 31er jetzt läuft doch alles gut wenn er jetzt nach europa das gibt es ja nicht ich halte mich an abmachungen das sage ich ja gleich die blaue macht hat da da war kein widerstand da muss wohl der der ami wieder eingreifen ich will meine eigenen schlachten ich hole mir noch ich hole mir über eine truppe also das ist natürlich mein verwendeter ich kriege ich schon jetzt pass auf ich stelle hier einfach mal ja keine ahnung also artikel kannst du jetzt auch so einen online marsch hier fertig machen meinst du hier einfach so 10 ja sich die löschte mich halt komplett aus dann ja tschüss erst mal erst mal den hier weg machen tschüss tschüss also ich bin gar nicht die hier mit her macht ja kommt mal der gast ist gut bis jetzt so und ich halte mich an abmachungen also gleich jetzt rot an ich muss hier ein bisschen verteidigung aufbauen ja gut ich bin dran jetzt hole ich dir was alle jenzen habe ich ausgestellt weißt du ach so das hätte ich mir vorher sagen sollen ich brauche eben die ukraine janik nur mal so eben hey du hast kein bonus gekriegt das war alles was ich wollte eins ab er versucht safe mir eins reinzudrücken ja das ist mir klar das ist so richtig so richtig stufe ich mit dir weißt du er war die ganze zeit das schwächste von einer und jetzt hat er aus er verrät uns ja ich habe nie gedacht und gesagt dass ich mit euch zusammenarbeute ist kein verrat weißt du du hast diesen bruder für mich aber das war das letzte mal schon scheiße gar nicht wahr ich hab mich beim letzten mal einfach nur überrannt ja das letzte mal ist losgebrochen das mal breche ich hoffe ich nichts getan und letztes mal waren wir die beiden einzigen die noch da waren ich war nur ein bisschen kauf stiften bevor ich es abgeben von dann ziehen weil du vernichtet hier das war von anfang an klar dass er vernichtet spätestens als grün nichts mehr gemacht hat jetzt hol ihn dir hol endlich europa da will ich da ganz gerne immerhin großbritannien dabei auch schon lange nicht mehr es funktioniert es würde funktionieren er überlebt mit zwei ländern das gibt es nicht später hey ich will die fülle mehr interessant oh man ey oh man ey oh man gut hey du kommst du noch die karten hey du kommst du noch die karten von daher mache ich jetzt einfach ein bisschen scheiße da ist sie so gg Oh mein Gott, ich bin überfordert mit so vielen Truppen. Das Problem wäre ja okay. Lachen wir es jetzt einfach mal so. Scheiß auf all die ganzen... Ja, danke. Ja, gut. Er macht es zu Ende. Lass uns von Anfang an schlafen! Wieso? Kann ich wieder zurück auf Eingriff? Nee, nee. So weit zurückgeklickst. Eine Runde lässt er mich noch. Ach, scheiße. Na ja, fand ich das so schön. Weißt du, irgendein neuer Godzilla-Film kam raus? Easy. Müssen sich die Truppen auch angucken. Scheiße. Oh, maaaannn. Afghanistan ist jetzt alles auf Afghanistan. Komm, die müssen nicht rennen. Jetzt kommen die Bomben, Gürtel, Dreda. Ja. Ich bin ganz klar die Urainer. Und Nordeuropa. Und Südeuropa. Und Südeuropa will ich mal haben. Aber krieg ich nicht. Jawoll. Oh, nice. Ja, sicher! Ja, nice! Was? Comeback des Jahres, oder was? Ja! Auf jeden! Weißt du, was ziemlich dummes? Ich geh halt wenigstens ein Land einnehmen, und dann die Acht lassen. Weil dann tut man sich richtig schwer, eigentlich, dich wegzumachen. Aber nein! Ja! Und er macht nur die Blauen. Hol dir Europa eben! Nee, das wird eh nix. Das ist ja, das letzte Land wird jetzt der zweite. Ah, nee, du nicht. Ah, das war so nett! Weißt du, er hat das, was ich nicht schaffen wollte. Oh, da mag ich noch einen, ey! Osten ist schön, ne? Nie wieder auf Europa! Nie wieder! Er ist nicht tot! Also, das gehört auf jeden Fall mir. Danke! Das ist ja mir eh so, wie wir in der Waldbrände. Ja, also ich kann auch schweilen. Nein! Ich check die Steuerung nicht! Ja, wie geil! Ja. Das gibt es nicht! Sven geht, Rog, jetzt. Jetzt geht's ab. Keine passenden Karten. Okay. Warte mal. Sibirina, das krieg ich wohl auch hin. Boah, nicht. Ah, wo krieg ich meine Einheit jetzt? Das ist jetzt schwierig, ne? Ja. Ja, Sibirina war wohl nichts. Was, Mensch? Scheiße. Kommt grad nicht an. Ich bin hier mit Klicken beschäftigt. Sag gleich nochmal, was du wolltest, ja? Hm? Ah, so schön! Nicht letzter! Nein, 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 nein! Nicht letzter! Nicht letzter! Schade, schade, schade. Nichts! Letzter, das ist wichtig. Alle deine Gebiete wurden erobachtet. Zwölf Truppen, ne? Hey, du Arschkopf, du wischst ja noch zu einer richtigen Bedrohung. Nee, nein, nein! Ja, weißt du, er kommt immer aus dem Nichts und dann fickt er einen einfach. Ja, ohne Scheiß. Da verklickt man sich zweimal und dann. Hey, was soll jetzt das? Was, was denn? Was soll denn? Ich hab mir nur was gehört. Da stand mein Name drauf. Ja, von den krieg ich eh nicht, aber hey. Ich hab mir nicht so getan, das wäre echt cool. Das übliche, so, gönnt euch. Ja, gönnt ihr. Sven ist ja nicht mehr da. Nee, ich bin tot. Stimmt, ja, weißt du. Du hast mich schon vernichtet. Ach, der Mongolei, oder? Nee. Stimmt mal rein. Genau, ja. Ja, dass es noch eine richtig scheiße Armee ist, gell? So. So. Jetzt aber draufklicken, draufklicken. So. Und das war's. Richtig. Draufklicken, draufklicken. Okay. Ball, du holst dich die Welt verschafft. Sven, der war von der ersten Runde an, klar. Nee, bei der, also bei den ersten Runden hätte ich ja oft gedacht, dass einer von dem hier... Ja, gut. Zumindest als Grün nix mehr gemacht hat, war das genau. Ja. Es gab... Hä? Ja, mach doch mal. Ja, man trifft und durch, brech das mal ab. Das passiert mal. Hab ich auch. Das gibt es nicht. Wieso macht das nichts? Das ist ein Zeichen. Du sollst kapitulieren. Kapitulier mal einfach. Ja, wir gehören die meisten Länder, aber... Wir gehören... Hey, immerhin, du selber erreicht's. Alles, was du willst. Ich meine, damit hab ich gerechnet. Ich hab mit dem fünften Platz gerechnet, ja? Und ich hab nur selber geholt. Oh, man. Oh, Gott. Es ist ganz schön anstrengend, so viel zu klicken, also... Ja, das Klicken ist anstrengend. Ja. Ja. Wir hätten nicht verzweifeln an deinen zwölf Truppen da oben. Nee, was? Du hast da noch 36. Und da... Auf der anderen Seite 10, auf der anderen... In Japan noch 36. Oh. Nein. Jetzt halt. Ah ja, ging ja ganz easy. Krass. Ah, hier hab ich die Verbindung zum... Hört ihr mich noch? Ja. Ja, ja, ja. Ja, weil die Verbindung zum Spiel verloren steht. Bei mir ist der Ex. Ach so. Perfektes Ende. Oh, Freundschaftsanfrage. Hallo, wir sind Freunde. Spiel vorbei. Nice. Okay. Ja. Krass. Von dem einfachsten Finale... Die Verbindung zum großartigen Risikospiel hier. Oh, Mann, ey. Ja, das... Das war ein... Großartiges Spiel. Ich bedanke mich. Ja, das war auf jeden Fall nice. Ja, das... Das war Risiko. Ich hab Sven eindeutig dominiert von Anfang an. Boah, ich kauf der Bremen, Mann. Und... Ich hab dir vertraut. Ich hab dir einfach zu sehr vertraut. Hast du gar nicht, Sven. Es gab keine Allianzen in dem Spiel. Weißt du, ich hab dir trotzdem vertraut. Weil du das so lange kennst, weißt du? Allein deswegen müsstest du doch schon wissen, was das schon falsch ist. Ja. Nur weiß ich jetzt. Ich kenn auch nicht, deswegen hab ich keine Ahnung. Weil du dominierst auf einem sämtlichen Spiel, wie wir mit dem spielen. Deswegen schaut mal absolut nahe vorbei, ob das auch bei anderen Spielen so ist. Und bis zum nächsten Mal haut rein und tschau. Tschüss. Jäufe und glück an. Bis zum nächsten Mal.